So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Bei mir ist heute Donnerstagabend, ich nehme das jetzt auch für Freitag, denn ich habe am Samstag, Sonntag etwas ganz Besonderes vor. Das Go-Fest in Madrid findet statt. Wer ein Ticket hat, wer vor Ort ist, der weiß ja, was abgeht. Ich habe gehört, die Leute haben Bock auf Necrozma-Rades. Necrozma, Nerozma, also Necrozma-Rades. Und ich möchte Samstag und Sonntag jeweils 10 bis 12 Uhr Necrozma-Rades für Zuschauer anbieten. Im Livestream, dafür gibt es Samstag, Sonntag kein Pokémon-Video, aber den Livestream jeweils an beiden Tagen 10 bis 12 Uhr. Jetzt möchte ich das ankündigen. Ich möchte aber auch auf das Event hinweisen, was ebenfalls global stattfindet, während in Madrid das Go-Fest ist. Auch wenn ich es komisch finde, dass es einfach keinen Artikel dazu gibt, keinen richtigen. Das haben die beim letzten Mal ja auch nicht gemacht. Dann noch ein kleines Update zu Freunden und, das habe ich auch eben gesehen, eine News, die aber offiziell angekündigt wird. Ein Pokémon-Go-Sommermärchen kommt nach Deutschland. Hmm. Dazu, das nehme ich nur als Thumbnail, dass ich ein schönes Bild habe, weil irgendwie, weiß ich nicht, Routen, Fußball, sonst was, interessiert mich eigentlich beides nicht. Aber guckt euch mal dieses schöne Bild an. Da seht ihr Bisa Sam, die treten an gegen die Evolis. Hier ist Pikachu, da ist ein Fußball. Im Hintergrund sind lauter Volto-Bälle. Und hier steht auch dabei, eben zur Fußball-Saison und dem ganzen Zeug, Fußball-Fans, bereitet euch vor. Hier, es wird ein besonderes Event stattfinden vom 14. Juni bis zum 14. Juli. Heute ist der 13. Das heißt, am Freitag, wo ihr das seht, ist das schon aktiv. Und das bemerkt ihr dann, wenn ihr eine befristete Forschung im Heute-Tab bei euch vorfindet. Jetzt klingt das erstmal so nach nichts, weil hier steht auch nur dabei. Befristete Forschung. Drift dich mit Freunden, zeigt Teamgeist, führe eine spannende befristete Forschung durch. Du hast die Chance, einem Volto-Ball zu begegnen. Wow. Wollt du bald Bonbons zu verdienen und dir für deine erste Drehung des Tages einen Extra-Bonus zu sichern. Je mehr du erkundest, desto mehr Boni kannst du verdienen. Stell dich der Herausforderung vom 14. Juni bis zum 14. Juli, also einen ganzen Monat. Guckt einfach da rein in den Heute-Tab, was da ist. Erfüllt halt die Aufgaben. Mehr Infos gibt es dazu nicht. Hier steht noch, es gibt neue offizielle Routen in Städten wie Berlin, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart. Interessiert mich auch wieder nicht, weil ich bin ja da nicht da. Dann gibt es Verlosungen auf Instagram. Brauche ich nicht. Community-Day-Meetups kann ich auch nicht mitmachen. Ah hier, Chaos-Lady, alles klar. Da bin ich raus. Seid ihr Fußball-Fans? Schreibt es mal rein. Guckt den Heute-Tab ab Freitag und guckt mal, was da für eine Forschung da ist. Es gab ein kleines Update bei den Freunden heute schon am Donnerstag. Heimlich, still und leise. Da muss man sich auf meinen MMO berufen. Die haben extra einen Artikel dazu gemacht. Das momentane Maximum an Freunden war ja 400 Stück. Man konnte 400 Freunde haben. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele Freunde ihr gerade habt. Ich habe immer 399 von 400 gehabt, damit ich Anfragen kriegen kann. Mittlerweile wurde es jetzt also auf 450 erhöht. Was natürlich schön wäre, als sie die Freunde von 200 auf 400 erhöht haben, hätten sie auch das Geschenke verschicken von 100 auf 200 erhöhen können. Und das Öffnen auch ums Doppelte, aber irgendwie kann man immer mehr Freunde haben, kann aber trotzdem nicht mehr öffnen und auch nicht mehr verschicken. Das müsste doch eigentlich wie ein Parallelogramm verlaufen, dass das so mitgeht. Geht es aber nicht. Also ihr könnt mittlerweile 450 Freunde haben. Und dann das Wichtigste jetzt zum Wochenende hin, das Event-Spiel Lunkas Cove. Im Sendai-Go-Fest-Wochenende, Asia, Pazifik, Raum, Japan, irgendwas, keine Ahnung, wurde ja, was war es denn? Da wurde, wie hieß das? Es war, äh, Emolga, genau. Emolga, Shiny eingeführt zum Sendai-Go-Fest. Gleichzeitig gab es ein paar besondere Spawns, es gab aber keinen offiziellen Artikel dazu. Deswegen habe ich dazu gar kein Infovideo gemacht. Diesmal zu Madrid-Go-Fest, weil ich auch Rates für Zuschauer machen will zu Madrid-Go-Fest. Möchte ich euch aber einen Artikel zeigen und euch sagen, was es noch gibt. Ich muss mich hier wieder auf mein MMO berufen, weil die was dazu geschrieben haben. Strand-Event, Spelungas Cove bringt euch zwei starke Angreifer zurück zu Pokémon Go. Das Event findet ab dem 15. Juni statt, also ab Samstag. Das Fußballzeug ab Freitag, das Event zum Go-Fest Madrid ab Samstag. Ihr seht auf dem Bild hier Krabbox, weil das das neu eingeführte Shiny wird. Und ihr seht Rokara, wer also in der Superliga unterwegs ist bei der GBL, braucht natürlich Rokara. Das ist da hoch gerankt. Am 15. Juni startet Spelungas Cove. Das heißt, so viel wie Höllenforscher Bucht. Da gibt es zahlreiche Wasser- und Gesteins-Pokémon. Krabbox ist also das neue Shiny, was in Madrid eingeführt wird. Könnt ihr global dann auch in dem Sinne bekommen. Drei Highlights steht hier oben da. Zum einen Rokara, zum anderen Rihorn, weil er zu den besten Angreifern vom Typ Gestein zählt. Und natürlich Krabbox, weil es ja neu als Shiny ist. Welche Pokémon wild erscheinen über das Wochenende in dem Event, steht auch hier, auch auf Deutsch. Und natürlich auch hier mit Rosette dran, dass ihr wisst, auch was Shiny sein kann. Kleinstein, Rihorn, Lampi, Merrill, Potroth, Remorite, Nasknet, Barschwa, Rokara, Krabbox. Die erscheinen alle wild. Rihorn ist also ein absolutes Highlight. Und eigentlich auch Rokara, müsste man so sagen. Ja, Lampi kann auch was in der GBL. Merrill kann was in der GBL. Nasknet hat ja nochmal, glaube ich, auch eine Mega-Entwicklung am Ende. Also Voluminas müsste das sein. Ja, was nochmal hier. Krabbox neu als Shiny. Da sind auf jeden Fall ein paar interessante Sachen dabei. Raids am Wochenende. Level 1 Raids. Krabbox, Reislaus und Miniras. Miniras müsste es ja doch eigentlich auch... Auch schon dann Shiny-Gel. Oder auch nicht. Gibt es das schon als Shiny jetzt? Es sollte ja auch zum Go-Fest eingeführt werden. Oder gibt es das erst im Globalen? Auf jeden Fall könnt ihr das raiden. Und hier ist wieder so eine Rosette dran. Und die heißt ja eigentlich, dass man dem in der schillernden Form begegnen kann. Also müsstet ihr aus einem Miniras-Raid auch Shiny Miniras bekommen. Reislaus, Krabbox, auch alles in 1er Raids. In den 3er Raids dann Onyx, Kabutops, Kributak. Onyx, Mega-Entwicklung und so weiter, wer das noch braucht. 5er Raids bleiben gleich. Wisst ihr ja, Mega-Raids bleibt alles gleich. Boni, auch übers Wochenende hinaus. Darüber hinaus könnt ihr während des Events noch doppelte Bonbons beim Fangen erhalten. Event-Feldforschungen mit Begegnungen zu Kleinstein, Nasknet, Bitoara, Rokara, Krabbox und Miniras. Also ihr müsst keine Raids machen. Ihr könnt das auch aus den Feldforschungen bekommen. Was ich jetzt am interessantesten finde, es wird wieder, wie auch beim Emolga-Sendai-Wochenende, eine befristete Forschung geben, geknüpft an ein Ticket im In-Game-Shop, die man also wieder an seine Freunde verschenken kann. Mal gucken, ob mir jemand wieder so ein Ticket schenkt. Interessiert mich, weil da 5 Premium-Kampfpässe drin sind. Kostet 2 Euro im In-Game-Shop und da habt ihr eine Forschung, da kriegt ihr 5 Premium-Kampfpässe, 20 Krabbox-Bonbons und Begegnungen mit Krabbox. Bei dem anderen war es ja eben Emolga, dass du Emolga-Bonbons bekommen hast. Ich glaube, da hatte sich auch alles ums Brüden gedreht. Jetzt hast du eben die Begegnungen nicht mit Emolga, sondern mit Krabbox auf der Suche nach dem Shiny. Krabbox-Bonbons und 5 Premium-Kampfpässe. Ich habe jetzt 44 Stück, glaube ich. Nochmal 5 dazu fürs Go-Fest. Das Globale, was wir in Gera machen, kann auf jeden Fall nicht schaden. Mehr steht jetzt hier nicht dabei. Also habt ihr Bock, würdet ihr euch für 2 Euro diese Forschung kaufen? Und ja, jagt ihr Krabbox. Bis wann geht das Ding? Das stand, glaube ich, auch hier oben, oder? Hier, das Event startet am 15. Juni 10 Uhr bis 18. Juni 20 Uhr Ortszeit. Also nutzt das. Ich habe jetzt extra hier diesen blöden Artikel davor gelesen. Ich weiß nicht, wieso sie dazu nicht extra im Blogpost was geschrieben haben. Das ist ja wichtig. Das ist global. Da kann jeder mitmachen. Und es gibt auch wieder ein Ticket. Wieso gibt es da keinen richtigen Blogpost dazu? Es gab bei dem Emolga-Ding auch kurz einen Link. Dann drückst du drauf. Kam es auf eine englische Seite. Und irgendwie 5 Minuten später, wenn du nochmal nachgucken wolltest, stand 404 Error Not Found. Und dann, da ging das nicht mehr. Aber sie haben es nie auf Deutsch rausgebracht. Das wollte ich euch jetzt noch hier, Spelungas Cove, mit reinlegen. Dann habe ich nämlich auch ein Freitagsvideo. Und kann mich dann auf Samstag, Sonntag auf die Raids konzentrieren. Mal gucken, ob ihr Bock habt, dabei zu sein. Also Samstag, Sonntag 10 bis 12 Uhr. Immer 2 Stunden, ne, kroz mal Raids. Ansonsten, viel Spaß am Wochenende. Wer vor allem in Madrid ist, schreibt es mal drunter, wer live vor Ort ist. Ich bin es nicht. Ich bin zu Hause. Peace out for out. Euer Rapses. Ich bin es.